es ist schön dass ein server wo nix rum liegt keine autos und so keine waffen da unten ist ein truck wie viele leute sind es eigentlich gerade hier drauf der truck ist an oben raucht irgendwas ja dann holen wir mal ab ja ja der truck ist an er ist an ja der motor läuft zähm mach mal den pass an immer kacke hier ne irgendwas hab ich da gerade anvisiert dich hat etwas anvisiert irgendwas wie ziehe ich da an die richtung wo ich hingucke hinter dem stein hinter dem stein meinst du ja da steht repair specialist bild wenn ich da hinziele lasst da mal hingehen du verlinkt dich von rechts auf dich ja ich seh'n du rechts ich links äh ich rechts du links da ist er ich krieg ja hitmarker wenn ich den treffen würde ne da hinten läuft er rechts jetzt ich glaube wir haben ihn oder so gut wie tot ne wir haben ihn nicht er liegt glaube ich er hat noch 8 hp ich glaube er hat es hingelegt oder getötet haben wir ihn nicht ne muss mir jetzt erst einfallen lassen wie ich mich heile ich hab eigentlich ich hab auch nur noch 16 schuss ich renne gerade müssen aufpassen dass er uns nicht flankiert da hinten ist ein hügel wo ist auch der typ alter da ist er wo hier hinten rechts versucht uns zu flankieren ja ich seh'n ich liege hier er hat mich noch nicht gesehen ich liege einfach hin und knall den dann ab kommst du dir? links ich hab keine Bulli mehr doch ich muss nachladen ja ich hab ihn getotet getotet sauber ich hab ihn auch noch mit auf ihn geschossen das haben wir gut gemacht ich hab doch gesagt er wird uns sicherlich flankieren wollen nur hoffen dass er medikit dabei hat um munition weil ich hab nur noch 9 schuss da kommt der pjörn der hat übelst viel aber der hat keine aber der hat keine ja ok der hat auch nicht so großartig was ist denn jetzt gehabt nur seine waffe was denn? ich glaub ich hab seine waffe jetzt genommen ich hab mal so'n kleinen truppentransporter also damit kann man wirklich viel zu euch transportieren glaub ich auch hört ihr mich noch? ja ja ich glaub mein game scheißt grad ab ja auf jeden fall hab ich ja mein administrator ist losing connection ja lol hab ich noch irgendwas von dir nehmen bevor du weg bist? open back nein da ist nichts drin ne ist nichts drin oh ich kann dich aber abschießen soll ich dich abschießen bevor du tot bist? kill ihn kill ihn also nur mit seiner erlaubnis ihr wollt mich also lynchen? ja ich fahr ich fahr ihn einfach tot ja mach mal komm lynch mich mal so passiert denn jetzt hier noch irgendwas oder 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 der hat mich gebannt aufgrund des namens vielleicht äh ich hab dir glaub ich 9 headshots gegeben und ich lebe noch naja du lebst noch ja ich bin iron man oh ja jörn hat mich überfahren äh ja ja ach komm mal ja gut dann band ich das mal irgendwo komm dann sofort wieder und ja dann komm ich mal wieder äh erstmal ändern hier wo war das profile der profile oder sowas ja ich kann meinen player namen nicht ändern du musst ein neues profil anlegen ne waffenkiste ja komm mach mal irgendwas ja doch ach der gamer guck mal noch keine waffenkiste verkackte kartons sind das ok wie scheiße das aussieht alter mit den fps eben zu schießen ne und das ging gar nicht ich musste mal so entspricht sag mal 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 Over, over. No message received for 20 seconds, Sir. Na gut. Und wir gehen weiter. Over, say again, over. Ich komm selbst. Letzter Urlaubstag, morgen geht's nur der Scheiße. Die ist cool. Ja, heute ist ein stressiger Tag. Klingelt gerade jemand bei mir? Wir haben jetzt mal mit dem Auto zur Werkstatt gefahren, also Inspektionen abgegeben. Dann von da aus mit der Bahn 40 Minuten zur Arbeit. Dann paar Stunden gearbeitet. Dann von der Arbeit wieder 40 Minuten bei der Hitze in der Bahn wieder zur Werkstatt. Und von der Werkstatt wieder mal ein Auto nach Hause gemacht. Und von da aus wieder mit der Bahn auf die Arbeit. Dann da ausgelockt. Das doch super. Genießen Sie Ihr Leben in vollen Zügen. Ja, pass auf. Dann da wieder ausgelockt. Weil keiner gecheckt hat, dass ich weg war. Und dann ausgelockt wieder nach Hause gefahren. So, da hatten wir aber schon. 38 Jahre nach Hause gefahren. Ja. Das war mein Tag. Das war noch gleich. Ungefähr bei dem Wetter 3,5 Stunden in einer unklimatisierten, Bahn gefahren. Also habe ich dementsprechend genug. Du bist quasi bedient für heute. Ja, genau. Also wärmetechnisch auf jeden Fall. Ja. Na gut. Ich glaube ich habe bestimmt 5 Kilo verloren, ja. Allein an Schweiß, Alter. Geht gar nicht. Wenn du solche Wasserspeicher hast, würde ich mir mal Gedanken machen. Jetzt sind die Eier wieder normal groß. Hahaha. Ja, okay. Ja, ganz ehrlich. Das war nicht mehr schön. Das war echt brutal, Alter. Das schlimmste war ja nicht mal die Wärme. Das schlimmste waren diese Gerüche, Alter. Ja, weißt du, keine Ahnung. Im Auto, wenn du irgendwo hockst und in der Ampel stehst, ist es auch genauso heiß wie in einem Scheißzug. Vielleicht sogar heißer. Aber danach fährst du halt und der Wind fliegt irgendwie wieder rein. Dann geht's irgendwie, ne. Kenn ich mit Klimaautomatik nicht. Ich mach meine Fenster mal auf. Deswegen Fenster mal zu. Was? Da kann ja keiner die geile Musik hören, die ich höre. Na ja, so machen wir das nicht. Letztes auch immer ist geil, ne. Gummigstens ja. Mein, ähm. Arbeitsplatz war am Fenster, ne. Ungefähr so 1,50 Meter weg, ne. Und da war letztes so an so einer Ampel. Also ich kann ja direkt auf die Bahnstation gucken. Ja, so ist ja direkt daneben. Und, äh. Irgend so eine Russen, weil es so mit voll lauter russischer Volksmusik, Alter. Ging gar nicht. Die ganze Straße, so. Voll ertönt so. Oh, ey. Voll peinlich sowas. Ich gar nicht. Mann, was für Mucke. Sowas kann man sich morgens nicht geben. Dann würde ich mir ja schießen. Halber Militär-Sound. Gar nicht. So, mal gucken, ob ich... Krieg ich nochmal was aus, um die FPS zu verbessern. Da, was haben wir denn hier? Magnon Wasteland. So. Dokumente. Arma 3. Wieso hab ich hier 5 mal Arma 3? Ja, Arma 3 hat gedacht, es ist so cool, es muss seit 5 mal sind hin. Arma 3, other profiles. Achso. E E Nomexos. Konfig File. Welche Konfig File? Was, denn letzter Zeit an Wilhelm ist ich hier? Ne, ich gar nicht. Ich war jetzt fast eine Woche nicht hier. Oder fast zwei Wochen nicht. Ja, wir kommen im Club. Der Urlaub, ich war nicht da, ich war auf dem Festival fünf Tage und dann bei der Freundin die ganze Zeit halt und abends halt mit der ein bisschen umlaufen. Ja, ich wollte die ganze Zeit auch immer draußen und weg und so. Hm, Köln löschen. Ja, ich hätte hier das Wochenende, ich bin froh, dass das Wochenende jetzt vorbei ist, da kann ich mal wieder die Stadt besuchen. So, ja, bla bla bla, lass mal zocken jetzt hier. Delete, are you sure? Yes. Say again, over, say again, over, say again, over. Ja, mein Wochenende war nicht so toll, ich habe eine Zisterne ausgehoben. Was hast du ausgehoben? Ich habe ein Loch gebuddelt. Du hast ein Loch gebuddelt? Warum? Say again, over. Warum in aller Welt? Wo rein zu scheißen? Nein. Ich stelle es mir gerade wirklich vor, weißt du, er schufte erstmal übelst für das Loch, dann haben wir erstmal brutal reingeschossen. Alter, ich komme mir voll nicht klar mit der Steuerung, ey. Sauer Multiplayer. Ihr seid noch auf demselben Server, ne? Ne. Was, es gibt eine Steuze? Man kann halt was steuern? Ach so. Welchem Server seid ihr denn jetzt? Ich weiß ja nicht. Hat doch gar keinen. Ja, warte, dann such ich mal einen. Guter Halsatma 3, das wäre das Problem. Erstmal die Config bearbeiten hier. Erstmal Refresh hier alles. Other Profiles. Ich kann die hier irgendwie bearbeiten. Wie die Door. Oh ja. Pet Bob. Für dieses Wort sogar Head Bob. Also. Das Internet ist ja Neuland für uns. Neuland. Ja, Neuland. Neuland FKK. Also, dann schauen wir doch mal auf welchen Server überhaupt noch ein. Also, der Server wo ich war, da habe ich gute FPS, aber hier hängen alle nur rum. Also, hier kann man nicht weiterlaufen, ganz komisch. Nyam nyam nyam. Nyam 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 nyam. Spielen! Habt ihr meine Chips eigentlich vermisst? Eigentlich. Ich auch. Nein? Schade. Oh ja, ich schon. Echt? Ja, auf jeden Fall. Warst du in letzter Zeit mal wieder aufm TSV überhaupt? Oder bist du jetzt das erste Mal wieder hier? Gamer. Ich bin jetzt das erste Mal wieder hier. Na, Leute. Cool. Ja, ich bin auch da. Ich war zu ungewöhnlichen Zeiten da. Da war wahrscheinlich die Party hier. Zu ungewöhnlichen Zeiten. Ich weiß nicht, wie ein Server hier gehen soll. Ja, ich bin extra angeguckt, weil keiner da ist. Bin kurz gekommen, war da. Tschüss. Nur für die Doktor teilweise. Ich weiß nicht. Mit dem hier? Nee. Hättet ihr eigentlich mal wieder Bock auf ne 100c Scopa? So zusammen so? Arma Warp. R U. Oh Gott. Ich freu mich gar. Ja, auf Franzosen Server geh ich nicht. Ja, kann man auch mal wieder machen eigentlich. Wieso wollt ihr aufnehmen? Da funktioniert hier. Wieso gibt's der Froschenkel umsonst? Ey, die Server. Wo niemand halt drauf ist, haben gute FPS. Aber das bringt ja nichts, wenn wir niemanden sehen. Oder einer hat einen Ping von 3.761.000. Oder was weiß ich ey. Ja, bin ich. Also ich bin jetzt... Ava 3 Beta Wacelet Multigaming Server. 13 von 42 Leuten. 147 von 42. Ich bin ja angezeigt ey. Ava 3. Pause. Und... Und suchtet Yoshi immer noch schön GW2. Da ist der zartschene Spielezocker. Der Herr Klingel. Ja. Ich suche... Ich suche im Moment richtig GW2 alter. Morgen kommt auch ein richtig geiles Update. Neue Waffen... Neue Waffen... Neue Rüstung und so. Die Waffen sehen übelst geil aus ey. Ach. Boring boring. Naja... Ich zog im Moment World of Tanks. Sag mal wie heißt der jetzt? Ja weißt du noch mal? Ehm... Puh... Ja... Ehm... Irgendwas mit Ava 3 hast du gesagt. Aber das ist ja klar. Irgendwas mit Ava 3. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ehm... Der Kreis wird kleiner. Ehm... So langsam können wir es eingrenzen. Das sind diese typischen Gespräche. Die man eigentlich aufnehmen sollte. Ganz ehrlich so. Vor allem ihr zog im Ava 3. Ja aber wie hieß denn der Server? Ja irgendwas mit Ava 3. Wir kommen der Sache näher. Okay. Glaube ich hab ihn jetzt. You were kicked off the game. Wie hieß nun mal die Seite? Ja irgendwas mit Internet. Welches? Stubber welcher Server? www und dann musst du mal schauen. Genau alter. Ne Björn. Jetzt halt doch mal die Schnauze hier. Sag mal Björn jetzt nochmal. Oh Gott. Der geht nicht. Ich suche euch einen anderen und... Ach du Kacke. Ist das ne Scheiße hier. Ich kack in mein Essen. Alter was ist das denn für ne Aussage? Tuba. Tschüss. Mission Wasteland erst mal eingehen. Ja da sind acht Leute alter. Da kannst du dich verabreden um dich irgendwo da zu treffen. Das ist wie bei Wurzeln. Komm wir gehen jetzt einfach hier. Thomas Bude.